Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauerschaft und Burgbesatzung, zurück in Humankind und wir sind jetzt unterwegs hier mit den Mexikanern im Industriezeitalter. Seit Ende der letzten Folge, ihr hattet es sicherlich gesehen, neue Erfindungen bahnen den Weg für eben ein neues Zeitalter. Ja und wir haben die Mexikaner gewählt und ich finde, das fügt sich hier alles richtig schön ein. Die Eroberung dieses ganz neuen Kontinents, der sogenannten neuen Welt, zunächst mal durch die Teutonen, später dann durch die Spanier, die mit ihren Konquistadoren hier erobert haben und auch diese neue Stadt gegründet haben, Neu Toledo und um diese Stadt herum, da ist jetzt das Zentrum unseres gewandelten Reiches, könnte man sagen. Ich finde das auch sehr schön, wie das hier im Spiel präsentiert wird, denn man sieht jetzt hier sehr schön, wenn ich mal das Interface einschalte, dass sich jetzt auch hier einiges immersiv verändert. Also nicht nur, dass hier jetzt durch das neue Zeitalter ganz neue Grafiken, ja manchmal noch ein bisschen verpackt hier drüben, auftauchen mit neuen Wagen und neuen Baustilen etc., die natürlich auf die Kultur abgestimmt sind, sondern nein, auch die Einheiten, Bilder haben sich verändert. Guckt euch das mal an, zum Beispiel die Siedlereinheit hier oder auch hier unsere Armee-Einheiten, klar, die Konquistadoren sehen noch so aus wie vorher, aber die Pikettiere oder die Arkebusiere, die sehen jetzt richtig, ja, die sehen jetzt richtig nach nativen, nach ursprünglichen Einwohnern dieses neuen Kontinents hier aus. Das passt also richtig gut, amerikanisches Ureinwohnerprinzip sozusagen hier angewendet und das passt ja, wie gesagt, so schön, weil es doch klar ist, dass so ein Reich wie das der Spanier, das seinen Schwerpunkt jetzt so stark in die neue Welt verlegt hat, dass das auch irgendwie jetzt langfristig eine neue Identität sich selbst gibt durch natürlich ablaufende Prozesse und dass diese große Anzahl von indigener Bevölkerung sich jetzt allmählich auch im Reich immer stärker repräsentiert und sogar dazu führt, dass unsere Kultur hier jetzt primär mexikanisch definiert ist. Und das finde ich eigentlich sehr schön, wir sehen immer noch Überreste vergangener Kultur und eine alte gotische Kathedrale hier zum Beispiel, einen alten spanischen Hauptplatz etc., aber würden wir jetzt eine neue Stadt gründen, dann hätten wir wieder einen anderen Hauptplatz, der mexikanisch aussieht. Also das finde ich wirklich sehr, sehr schön gemacht im Spiel, dass hier so diese Geschichte nachvollziehbar ist und man sich hier schön immersiv auch reindenken kann in diese Geschichte, die hier eigentlich sehr abstrakt ja vonstatten geht, aber die hier sehr schön eine natürliche Entwicklung nimmt. Und das finde ich ist eine der ganz großen Stärken auf jeden Fall vom Spiel. Wir haben heute viel vor. Ich werde mal mit einer Sache anfangen, die glaube ich jetzt auch erzählerisch ganz sinnig ist und zwar bei den Verordnungen. Wir hatten mit den Spaniern so typisch in spanischer Manier hier einen Erlass oder eine Verordnung erlassen zur Frage der Kolonialisierung. Welches Modell sollten unsere Städte in fremden Ländern haben? Da haben wir Vasallenstaaten gewählt, egal wie weit entfernt sie arbeiten für ihr Vaterland. Das geht also hier geopolitisch Richtung Heimatland, hat uns hier Kampfkraftboni gegeben und einen Zustand namens Untertenig auf neu eroberte Städte. Das werden wir hier jetzt mal zurücknehmen. Das kostet uns ziemlich viel Kulturpunkte, aber das werden wir jetzt tun. Wir wandern also hier in diesen Bereich zurück auf der Achse Richtung Welt ein Stück weit, weil wir natürlich jetzt als Mexikaner hier nicht mehr in einem fremden Land sind, sondern das ist ja eigentlich unser Land, das wir uns jetzt neu geschaffen haben. Also macht das für mich auch keinen Sinn, diese Verordnung beizubehalten. Es bedeutet jetzt aber auch, dass wir, wenn wir eine neue Verordnung erlassen möchten, richtig lange ansparen müssen. Naturalisierte Kolonien wären vielleicht in Zukunft noch eine Option, aber da müssten wir dann mal drauf schauen. Was wir dann auch mal bei Zeiten machen müssen, das mache ich aber jetzt heute nicht in der Folge, sondern im Laufe der Staffel. Ihr habt ja gesehen oder wahrscheinlich eben beobachtet, dass jetzt die Kosten günstiger geworden sind, um eine weitere Verordnung zu erlassen. Das liegt meines Erachtens daran, diese Kosten sind, glaube ich, gebunden an die Anzahl der bereits erlassenen Verordnungen. Das heißt also, Dinge, die jetzt für die Mexikaner vielleicht nicht mehr ganz so eine große Rolle spielen, die könnten wir tatsächlich zurücknehmen nach und nach. Das kostet, wie gesagt, auch Punkte. Aber dann hätten wir entsprechend auch mehr Freiheiten für solche Sachen wie hier. Industrielle Produktion könnte zum Beispiel jetzt ein Thema werden. Materialien beschaffen oder Pressefreiheit, künstlerischer Ausdruck und so weiter und so fort. Und das alles, das denke ich mal, das wird bei uns jetzt hier zunehmend eine Rolle spielen. Alte Sachen werden vielleicht wieder abgebrochen. Aber dafür brauchen wir eben auch eine Menge Einflusspunkte. Das heißt also, das können wir nur nach und nach jetzt alles verändern. Ist aber mir jetzt aufgefallen, dass das nochmal eine interessante Dynamik ist, die man dadurch erreichen kann, ein bisschen mit dieser Währung rumzuspielen. Weil sonst hat man das Gefühl, von diesen Währungen hat man so schnell so viel. Aber so viel ist es ja am Ende doch dann gar nicht. Zumindest nicht bei unserem Einfluss hier, weil wir eben so viel auch ausgeben müssen im Laufe der Zeit. Ja, dann können wir uns noch ein Wunder wieder aussuchen, eines beanspruchen. Das können wir derzeit nur nicht, weil uns eben Kultur oder Einflusspunkte fehlen. Ich würde am liebsten hier auf die Freiheitsstatue gehen, weil ich finde, das passt jetzt ganz gut, dass wir uns ja erzählerisch jetzt so ein Stück weit von den Spaniern auch emanzipiert haben, von diesem alten Gedankengut emanzipiert haben. Und das wäre dann für mich ein krönender Abschluss, die Freiheitsstatue zu bauen. Das würde aber sicherlich noch nach einigen Verordnungsveränderungen erst kommen. Also da lasse ich mir auf jeden Fall noch Zeit. So, wir schauen mal nach, was es sonst noch so Interessantes gibt. Wir haben nochmal eine Ressource Eisen verkauft. Zu Ressourcen sage ich gleich auch nochmal was. Wir haben einen Groll. Wir können von den Azteken mir Placidus fordern. Genau wie Vazard. Die sind uns ja schon übellaunig. Aber die sind auch weit hinterher. Die könnten bald in die frühe Neuzeit. Ich denke, das werde ich fordern. Das Ganze, wir haben sowieso schon Kriegsunterstützung. Aber ich finde, wir sollten da ruhig beibleiben. Was gibt es denn sonst noch hier? Gläubige, Gebevassad. Ja, wegen der Geschichte. Gläubige, Gläubige. Das ist uns, glaube ich, jetzt nicht ganz so relevant. Was war das hier? Die haben unsere Armee damals angegriffen. Ja, da fordern wir auf jeden Fall Gold. Denn Gold können wir immer gut gebrauchen. Ich bekomme meine reasonable demand oder ich bin unreasonable. Hat er das jetzt gemacht? Ich glaube nicht. Ja, will ich die direkt fordern? Hm, weiß ich nicht. Doch, er hat auf jeden Fall, ist das hier abgelaufen. Ich weiß aber nicht, ob wir jetzt Geld bekommen haben. Ich glaube, nein. Beziehungen, ja, ist weiter übellaunig. Gut, lassen wir das erstmal so stehen. Gewalt hat einem Handel ein Ende gesetzt. Mit den Hodenussonné und mit den Normanen ebenfalls eine Handelsroute zerstört worden. Königsbergbevölkerung zugenommen. Abnahme in da. Gut, dafür haben wir jetzt natürlich die neue Kultur. Neues Kapitel der Geschichte des Volkes. Ganz genau. Ja, ich muss die Sachen hier irgendwie doch nochmal wegnehmen. Weil sonst, das nervt mich, dass das hier immer noch blinkt, obwohl ich es mir eigentlich nicht mehr anzeigen lassen will. Aber gut. Was wir jetzt machen müssen, wir müssen mal ein paar Sachen gucken. Also erstmal finde ich, dass Neu Toledo hier zu Recht eigentlich die neue Hauptstadt unseres Reiches werden sollte. Ich denke, das ergibt sich aus der Erzählung, die ich eben begonnen habe, schon ganz natürlich. Als Mexikaner wollen wir jetzt hier Neu Toledo unser neues Zentrum in diesen neuen Landen auch schaffen. So, Neu Toledo ist damit zur Hauptstadt ernannt worden. Sehr schön. Ich finde auch, wir sollten hier als erstes mal diese tolle Hacienda bauen. Auf diesem großen Anwesen arbeitet das verschuldete Landvolk auf Plantagen in Obstgärten und im Haus für mexikanische Landbesitzer. Also ihr seht, mit unserer eigenen Bevölkerung gehen wir auch nicht gerade zimperlich um. Das gehört irgendwie auch geschichtlich dann dazu. Aber trotzdem sind wir auf unsere eigene Freiheit stolz. Das gibt sich irgendwie die Klinke in die Hand. Und ja, wollen wir hier oder hier? Ich denke mal, hier im Tal bauen wir die erste Hacienda hin, damit wir für uns schuften dürfen. So, gut. Und dann hätten wir noch so einige Möglichkeiten hier, was wir noch an Manufakturen hier auch in der neuen Hauptstadt machen können. Gold, Edelsteine, Salz, Salbei und Marmor. Ich denke, wir gehen mal ganz klassisch. Wir starten mit Gold. Ah, hier drüben. Eine Goldmanufaktur ist natürlich so ein bisschen grenznah an Tezko-Hochco. Da müssten wir dann eventuell ein wenig Schutz bieten. Ja, da sind wir uns sicher, dass wir das machen wollen. Das kommt ja dann sowieso erst in acht Runden. Das dauert noch. Unsere Armee kann schon mal Aufstellung dann nehmen, bitte. Dass das passiert. So, dann möchte ich danach noch eine Edelstein-Manufaktur hier unten hinsetzen. Ja, ganz definitiv. Und eine Marmor-Manufaktur. Die wertvollsten Dinge sozusagen. Die wollen wir hier als Manufakturen auf jeden Fall etablieren. Das soll ja den Reichtum unseres Reiches jetzt auch dann entsprechend zum Ausdruck bringen. Ja, und danach müssen wir uns mal Gedanken machen, was wir hier an Infrastruktur noch bauen wollen. Getreidesilo, Silobank, Börse, eine Schaubühne, Aufführungen, finde ich auch ganz interessant. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall so viele Einflusspunkte. Wir brauchen aber auch eine Menge Wissenschaft pro Salpeter, kriegen wir 2% Wissenschaft und plus 10% pauschal. Das ist eigentlich ganz nett, dauert alles jeweils 5 Runden. 2 Wissenschaft pro Forscher ist natürlich auch ziemlich mächtig. 2 mal 11, das sind schon 22 pauschal. Aber ich glaube, die Prozentualen sind auch fast genauso gut. Universität. Ich denke, ich fange mit der Druckerei an. Gehe dann auf die Erfinderwerkstatt und die Universität, das überlege ich mir noch. Ich glaube, dann kommt eher die Schaubühne erstmal hin. Und dann sind wir ja schon wieder ewige Zeit lang hier beschäftigt. Wir könnten natürlich beschleunigen mit einigem am Geld, was wir hier haben. Aber ich denke, dass es auch an der Zeit ist, dass wir hier tatsächlich mal Eingemeindungen vornehmen. Ich bin noch am überlegen, ob wir das mit Danzig oder mit Königsberg machen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir... Oder wartet man damit noch? Gute Frage. Also das Eingemeinden fügt das ja zu einer Stadt dann zusammen. Aber die Städte sind jetzt so weit weg voneinander. Wir hatten das ja überlegt, das bei Memphis und Theben zu machen. Das ist aber unglaublich teuer. Würde aber hier auch Sinn machen, daraus eine Großstadt irgendwie zu errichten. Ich weiß nicht, man könnte ja vielleicht auch Mexiko-Stadt dann nennen oder sowas. Kostet aber so viel Gold, das haben wir noch lange nicht. Da müssen wir sowieso ein bisschen sparen. Deswegen würde ich auch sagen, dass wir da erstmal ein bisschen abwarten. So, Memphis hat glaube ich auch noch ein bisschen was zu tun. Bauen hier noch eine Farbmanufaktur hin. Auch hier könnte man sich natürlich überlegen, dann vielleicht ähnlich vorzugehen. Erstmal ein... Kuriositäten... Kabinett... Ja... 45 Wissenschaft, dann die Druckerei, Erfinderwerkstatt und die Schaubühne. Für den Rest müssen wir mal gucken. Hier gibt es noch die Bank. Ja, wie gesagt, warten wir erstmal ab. Das sind ja schon hier einige Runden im Voraus. Und in Theben, ja, da haben wir hier noch eine Steuerverwaltung, Manuskript, Atelier, Stein verarbeitet. Das ist dort ja alles ewig und ist lange, lange überfällig. Genau wie sowas wie eine Kaserne oder eine Stadtwache und der ganze Kram. Das ist eigentlich alles nachzuholen aus vergangenen Zeiten hier. Das zieht sich alles hier so in die Länge. Genau wie diese Sachen natürlich jetzt hier auch. Zumal hier auch die Bauzeiten wesentlich länger sind. Ich mache hier nochmal einen Fischgroßmarkt. Das ist dann auch in Ordnung. Und in Athenai haben wir gerade Bibliothek, Manuskript, Atelier und Perlenmanufaktur. Irgendwo gibt es hier noch Ruinen. Ich habe immer noch nicht genau herausgefunden, wo. Das muss mir doch eigentlich, hatte ich doch schon mal gesehen, dass das... Ach, hier ist eine Ruine. Ja, dann machen wir das mal. Jetzt habe ich sie auch endlich mal gefunden. Ähm, eine Kaffeemanufaktur lässt sich hier noch bauen. Ja, warum denn nicht? Machen wir das auch mal. Ja, dann hätten wir noch künstliche Wasserspeicher am Fluss. Noch Nahrung erhöhen wir in zwei Runden gerne. Holzkohlemeiler, Wassermühle, Steinmauer. Ja, das sind so Sachen lange überfällig eigentlich. Stadtwache, Aqueduct. Machen wir das alles mal. Das wird sich ja einige, einige Runden noch dauern. Gut. Wir sehen übrigens, genau, Ressourcen. Es gibt Kohle, die jetzt auffindbar ist. Dafür brauchen wir natürlich wieder eine Technologie, nämlich die Dampfmaschine. Und es gibt sogar ein Ölvorkommen, was wir hier haben. Das ist natürlich super. Brauchen wir Verbrennungsmotor für. Und wir haben weitere Kohlevorkommen, zum Beispiel hier oben im hohen Norden noch entdeckt. Hier so im Taiga-Gebiet, hätte ich bald gesagt. Und irgendwo habe ich das gesehen. Hier bei den Nachbarn gibt es noch ein Gebiet. Und bei uns hier bei Athenai. Da hat sich auch noch eine Kohle hervorgetan. Finde ich auch sehr interessant. Aber sehr, sehr cool. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir mal weiter mit unseren alten Characken. Naja, so alt sind die eigentlich gar nicht. Was hatte ich hier mit vor? Wollte ich die nicht irgendwo stationieren? Richtung Alexandria. Und hier den letzten Rest noch aufklären, glaube ich. Das war irgendwie der Plan. Diese letzten Dinge aus dem Kartenbereich, die wir noch nicht entdeckt hatten. Und dann können wir, denke ich mal, hier in den Hafen fahren. Dann reicht das auch mit der Characke. Die hat ihre Aufgabe hier zu vollster Zufriedenheit, würde ich mal sagen, erfüllt. Gut. Beenden wir Runde 189. Und haben nun Belagerungskanonen erforscht. Dank ihrer enormen Feuerkraft können diese Waffen Stadtmauern, die Jahrhunderte überdauert haben, in wenigen Stunden dem Erdboden gleich machen. Ja, währenddessen bauen wir auch noch diverse Stadtmauern. Eigentlich ein bisschen akklimatisch, aber na gut. So, dann gibt es Mörser. Eine schwere Waffe. Kann sich in einem Zug nur bewegen oder angreifen. Kann sich nicht gegen Nahkampfeinheiten wehren. Ist also eher eine Einheit für den hinteren Bereich. Indirektes Zerschmettern gibt es noch. Die Einheit kann andere Einheiten ohne klare Sichtlinie angreifen. Logisch, der Mörser schießt ja im hohen Winkel. Kann Befestigungsanlagen angreifen. Entfernt den Status Eingegraben des Ziels. Also jetzt sind Belagerungen sehr, sehr interessant. Und wir kriegen durch Kriegsbeute plus 15% Geld, weil wir verdecktes Auskundschaften haben. Plündern ist gewinnbringender, wenn man Siedlungen durch Informanten auskundschaftet, bei Nacht herumschnüffelt und schriftlich festgehaltene Berichte begutachtet. Okay, das heißt, wir haben nur noch zwei Technologien aus der frühen Neuzeit übrig. Merkantilismus und Steinschloss. Dann gibt es demnächst auch Musketiere hier. Erste reguläre Truppen und irgendwann dann auch Karabiner. Eine Enzyklopädie. Ah, dann kriegen wir, das sollten wir vielleicht dann als erstes mal durchführen. Bevor wir hier mit den Karabinern weitermachen und dann gucken wir mal weiter, wie es funktioniert. Dampfmaschine ist hier schon wunderbar. So, es gibt eine neue Verordnung, nämlich die glimmende Maschine. Im Laufe der Jahre hat euer Reich eine florierende Wirtschaft geschaffen, die andere Reiche von Neid erblassen lässt. Nun kennt ihr alle großen Mächte dieser Welt und sie kennen eure Stärke, sodass ihr entscheiden müsst, welche Wirtschaftsstrategie ihr auf der größten Bühne verfolgen wollt. Internationaler Handel, was ist das denn jetzt? Isolationismus oder Globalismus? Also die Früchte unserer Arbeit gehören nur uns und unseren Verbündeten. Genehmigt den Handel mit Waren ausschließlich mit Verbündeten. Das ist neu. Das würde einiges ändern, weil wir, glaube ich, auch mit Nicht-Verbündeten handeln. Verhindert die Ausweitung des Einflussbereichs feindlicher Reiche aus feindlichen Gebieten. Oder halt Globalismus. Geld regiert die Welt und wir wollen etwas zu sagen haben. Genehmigt den Handel mit Waren selbst während eines diplomatischen Kriegszustands. Das ist also eine Erweiterung jetzt sogar noch. Wir sind eigentlich sehr auf Kollektivismus aus und weniger auf Individualismus. Das könnte man aber natürlich dann sehr stark hier beeinflussen. Mal sehen. Ist jetzt vielleicht nicht das Erste, was wir entscheiden. Und die Frage ist, ob wir eins der alten Sachen hier nochmal zurücknehmen. Innovationen von außen. Wissensmonopol. Wer hat den größten Einfluss auf das Wissen des Reichs? Ich würde bei sowas zum Beispiel auch sagen, das könnte man eigentlich mal zurücknehmen, ohne dass man davon was auswählen muss. Klar, wir verlieren dann einiges an Wissenschaft. Andererseits. Das muss ich mir in der Folgenpause mal angucken, was wir davon am ehesten. Sowas wie unabhängige Völker, Unterworfene und so weiter. Wie wir damit umgehen. Ob wir da was zurücknehmen. Das muss ich mir nochmal anschauen. Weil das ist wirklich sehr komplex. Weil wir vieles erlassen haben. Auch aus den früheren Zeiten noch. Da muss man mal gucken, was davon noch Bestand hat. Und was nicht. Okay, dann gibt es hier wieder mal neuen Geräusche. Ich gucke mir das mal an. Schon wieder irgendwelche Sachen. Aber ich werde das nicht aktivieren. Ich werde aber auch nicht darauf verzichten. Und wir haben hier wieder zweimal Bevölkerungszunahme. Okay. Mehr nicht. Das war es für Runde 190. Ja. Soll mir recht sein. Dann beenden wir auch diese Runde. Ne, können wir nicht. Da ist wieder nachträglich was dazu gekommen. Ist auch ein bisschen merkwürdig. Wir lassen die hier stehen. Hier ist schon wieder der Feind am Anrücken. Die Azteken. Und hier werden wir ebenfalls im Hafen uns mal eingraben. Während hier eine... Ha! Die goldene Horde der Perser herumläuft. So, so. Die meinen also, die könnten uns hier Ärger machen. Mit ihren... ...goldenen Hordeneinheiten. Ich denke nicht. So, jetzt ist aber die Runde abgeschlossen. Und wir können tatsächlich wieder ein neues Wunder beanspruchen. Ich hatte es euch schon gesagt. Ich werde mir da ein bisschen Zeit für lassen. Weil uns kann dieses Wunder jetzt auch erstmal niemand wegnehmen. Solange keine andere Kultur in die nächste Zeit voranschreitet. Soweit ich weiß, sind die Hodenus Honee in der frühen Neuzeit. Da muss man so ein bisschen drauf achten, dass die uns das nicht abknabbern hier. Aber alle anderen sind noch irgendwie mittelalterlich, glaube ich, unterwegs. Das ist also erstmal alles nicht so dramatisch. Groll aufgegeben. Hungersnot in Theben. Das kennen wir schon, das Thema. Neuer Groll gegen die Mogulen. Ne, da werde ich drauf verzichten. Gebt Anjara. Hier oben haben sie sich wieder irgendwas hingebaut. Ja. Die lasse ich da aber mal siedeln. Das ist okay. In diesem Kontinent habe ich irgendwie bislang das geringste Interesse. Darauf können wir verzichten. Gut, das finden sie toll. Wir brauchen die auch als langfristige Verbündete. Da wollen wir natürlich gar keinen Ärger mitmachen. So, und wir haben zwei neue Bevölkerungen dort. Okay. Gut. Da haben wir auch die Runde beendet. Landwirtschaftsstern bekommen wir bald schon wieder den nächsten hier. Das dauert echt nicht so lange. Ja, offensichtlich. Wobei wir natürlich jetzt ein bisschen langsameres Wachstum haben. Wegen diversen Gründen eigentlich. Ja, hier haben wir schon das Getreidesilo. Das dauert aber auch alles noch viele, viele Runden. Ich würde sagen, zuvor werden wir hier nochmal eine Hacienda hierhin bauen. Die ziehen wir auch vor das Kuriositätenkabinett. Wenn er es mich machen lassen würde. Ja. In vier Runden. Und das Getreidesilo kommt auch schon mal vorher hin. Das finde ich eigentlich ganz nett. Haben wir das in Neu Toledo auch schon eingeplant? Die Hacienda, ja. Das Getreidesilo glaube ich noch nicht. Das hätte ich ganz gerne dann nochmal vor die Manufakturen gestellt. Genau. Okay. 30 Forschungsviertel. 30 Forschungsviertel. 30 Forschungsviertel. 30 Forschungsviertel. Wo sind denn hier 30? Oder er meint reichsweit glaube ich 30 Forschungsviertel. Wenn wir hier 11 haben. Also hier 30 haben wir nicht auf einer Stadt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Noch eine neue Verordnung. Gewaltenteilung. Und seit Jahren nehmen immer weniger Menschen an den religiösen festen teil, weil die Kultur des Reiches mehr Bedeutung gewinnt. Und nun ist es an der Zeit Religion von politischer Macht zu trennen. Bitte. Was? Sollte Religion eine persönliche Angelegenheit sein oder sollte sie in der Gesellschaft eine Rolle spielen? Gottlosigkeit. Was? Das ist ja Säkularismus gegen Staatsatheismus. Bei den Mexikanern? Die sind doch so erzkatholisch. Also das halte ich aber für uns hier für so 0,0 relevant, wenn ich ehrlich bin. So pauschal und ad hoc. Also da würde ich sagen, das ist eigentlich nicht unser Thema hier bislang. Ne. Lasst mal lieber Leute. Das machen wir bestimmt nicht. So wir werden geplündert. Bitte was? Hodenus und Nehrebellen sind in La Superba. Ach du. Und da sind auch noch Rebellen. Das ist ja eine üble Geschichte hier, dass die hier alles plündern. Das ist ja eine Frechheit. Vier Runden. Ich glaube, wir müssen diese Stadt hier mal einnehmen. Das wird hier zunehmend zu einem richtig, richtig großen Problem. Und unsere Armee ist jetzt tatsächlich komplett weg, die wir hier stehen hatten. Das ist natürlich jetzt doof. Ich dachte, ein Teil davon wäre nicht angeworben gewesen. Eventuell verlieren wir jetzt hier unsere tollen Gebiete. Das ist natürlich... Ja, da müssen wir was tun. Hilft auch alles nichts. Wir haben eh hier so viel Bevölkerung. Da müssen wir da mal ein bisschen was ausgeben, liebe Leute. Ich würde aber sagen, dass wir jetzt keine Konquistadoren mehr bauen. Und ich glaube, das Thema, das hat sich jetzt relativ erledigt. Was sind das denn hier überhaupt für Einheiten? Das sind alles eingezogene Leute hier. Irgendwelche unwichtigen Rüpel, sage ich mal. Mehr sind das hier nicht. Ja, ich würde sagen, dann werden wir auf jeden Fall hier ein Akkubusier und drei, zwei Akkubusiere und drei Schwertkämpfer direkt nach vorne ziehen. Da werden wir direkt gegen steuern. Das müssen wir jetzt ja auch, weil dann vier Runden plündern die ja bereits zu Ende hier. Dann ist das bereits abgeschlossen. Müssen wir jetzt ein bisschen verschieben, das Ganze, wie immer. So, acht, fünf, fünf Runden dauert das hier. Ich denke, da gebe ich jetzt auch ein bisschen Geld aus, damit schon mal der Akkubusier fertig wird. Dann dauert das vier Runden, ist mir immer noch zu lang. Wir machen, ach, wisst ihr was, wir werden jetzt einfach alles ausgeben. Das Geld kriegen wir so schnell wieder zurück, das ist nicht so relevant. Mir ist jetzt hier wichtig, dass ich nächste Runde die Armee losschicken kann mit einer super Erfahrung. Und die dann direkt hier angreifen kann. Bevor die hier fertig sind mit ihrer Plünderung. So, und die haben schon wieder ein Abkommen beendet. Also, irgendwie macht die KI das jetzt offensichtlich ganz gerne, dass sie uns hier Abkommen aufkündigt. Die haben alle Übereinkünfte hier auf einmal weggenommen. Also, das finde ich nicht gut. Das nimmt uns hier natürlich Punkte weg. Aber gut, so ist es jetzt halt oder nicht gut. Die sind hilfsbedürftig. Ja, dann lassen wir uns doch mal eine Zollunion oder sowas machen. Sollen wir denen mal eine kulturelle Übereinkunft vorschlagen? Weil daran mangelt es uns am ehesten momentan währungstechnisch. Grenzpolitik. So, erzähl mir. Nö. Wollen wir näher werden? Ich bin sorry, aber kein Problem ist besser als ein schlechtes Problem. Ich würde sagen, wir üben jetzt mal Druck aus. Die sind so unter Druck und wir können das jetzt von ihnen fordern. Sie sind hilfsbedürftig, sie sind darauf angewiesen. Also machen wir das jetzt auch. Jetzt sind wir mal hart. Peace ist das größte Gift, ich kann meine Menschen erzielen. Warum sind Sie so unhappig, dass Sie das Inevitable akzeptieren? Gut. Ja, sie haben Groll gegen uns zur Schau gestellt. Das ist natürlich schön, aber irgendwie auch Banane. So, wir haben immerhin hier eine kulturelle Übereinkunft mit den Hodenuss. So, nee, das passt ja auch ganz gut hier. So eine amerikanische Kulturübereinkunft. Finde ich eigentlich nur logisch. Und dazu mussten wir sie jetzt aber irgendwie bitten. Das hat dann doch mehr Probleme gemacht. Wir hatten jetzt einige blockierte Handelsrouten. 34 blockierte? Hä? Ich verstehe es nicht. Die sind doch jetzt nicht mehr blockiert. Das kann mir doch keiner erzählen. Ja, das war aber das Ursprüngliche, ne? Ich verstehe das jetzt nicht. Irgendwie ist das für mich nicht nachvollziehbar. Ja, wir haben jetzt von offenen Städten haben wir kulturelle Einkunft gemacht, Übereinkunft gemacht. Aber deswegen haben wir doch unseren Handel nicht beendet hier. Hä? Der findet doch noch statt. Der findet doch noch statt. Also diese Nachricht manchmal sehr merkwürdig. Habe ich wirklich jetzt nicht verstehen können, was das meint. Wie dem auch sei. Liebe Leute, wie dem auch sei. Ähm, ich lasse hier mal die Armee nochmal stehen. Ach, hier ist unsere andere Armee geblieben. Die ist doch noch da. Da wollten wir... Ja, ich würde sagen, dann fangen wir hier auch ruhig mit einer Belagerung ohne Belagerungswaffe an. Damit diese Rebellen mal endlich ein Ende finden. Dafür müssen wir aber hier komischerweise einen riesen Umweg nehmen. Nun denn. Dann würde ich sagen, mit dem Ende der Runde verabschiede ich mich von euch für diese erste Folge der Staffel mit den Mexikanern. Ihr seht also, es ist nach wie vor Konflikt vorhanden. Konfliktpotenzial vorhanden hier auch mit unseren... äh, teilweise mit den Nachbarn, mit diesen Rebellen hier. Wir müssen jetzt erstmal alles so ein bisschen sortieren zu Beginn dieser Staffel und dieses neuen Zeitalters. Bis dahin, macht's gut. Euer Tastenhauer sagt, ciao, ciao. Untertitelung des ZDF für funk, 2017